Prishta-Hasta-Dandasana Das Brett mit Hand hinter dem Rücken. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Vom Fersensitz ausgehend kommt zum Brett Dandasana, auch genannt Chaturanga Dandasana. Von hier gib ein Arm hinter den Rücken. Prishta heißt Rücken und Hasta ist die Hand. Diese Stellung stärkt natürlich die Arm- und Brustmuskeln besonders stark, weil du nur auf einer Hand bist. Nachdem du eine Hand ausreichend geübt hast, kannst du noch die andere üben. Wenn du dabei noch den Ellbogen beugst, dann hast du eine massive Stärkung auch von Brust- und Armmuskeln. Das kannst du aber selbstständig ausprobieren. Alle Infos zu vielen Variationen von Dandasana